Wo muss das denn so dunkel sein? Nichts gesehen. Nichts gesehen. Wir sind nicht verdächtig. Ein schön stürmisch. Wow. Ach du Scheiße. Ja. Es wäre ja nicht übel, wenn wir hier einen Strom ausschalten könnten. Ich glaube der ist hier direkt hinter. Hier ist der Generator. Ja. Mist. Oh, die Sniper ist so doof. Ja. 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 Das wäre ziemlich früh, wenn wir zu dem Strom hinkommen. Wir brauchen das Ziel. Verstanden. Ja. 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 Ich schicke nochmal die Drohnen los. Ja. 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 Okay. Ja. 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 Ochau. Ich mach jetzt den Strom aus. Ja. 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 ich habe ihn ich gehe mal in Deckung und verhöre ihn auf dich zu wehren das haben wir ganz cool gemacht bis jetzt diesmal auf jeden Fall klüger als beim letzten Mal alles ohne Absprache ja ich habe hier ein Lamm für dich den mitnehmen oder? das wird ihn automatisch jetzt umgehangen es sind hier aber noch welche wir schalten um auf Wärmebild schätzt du mal, dass die irgendwo in den Häusern drin sein werden? boah interessant ist der Generator auch als Wärmebild ja endlich mal mitgedacht hier hier irgendwo bei mir müsste noch was sein aber wahrscheinlich sind die oben drauf ah da ich habe einen oh fuck den habe ich verkackt hm ja keiner mehr in der Nähe gewesen ich glaube rechts von uns laut Karte jetzt habe ich ein bisschen hart verkackt oh 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 fuck ey fuck nein soll den Tag nicht vor dem Abend loben oder wie heißt das? ja ich glaube so heißt das komm ja durch das Zelt kann man durchballern alle dauernd hier drin komm jetzt hier zu ähm zu dieser Stelle wahrscheinlich hin lass hinten die Rebellen raus dann können die sich gleich ein bisschen mitgegen kloppen paar Leute freigelassen ups ich bin der Pilot wir haben sie aufgescheucht kommen welche? ja ich komme sofort komm schnell die sind da die Rebellen greifen hier an ok sehr gut jo ok wo wollen wir hin? markieren oh direkt hier choo choo hab ich das markieren? ja ja hab ich gut wir können übrigens unsere Drohnen auch darin skillen dann wird das hinterher für uns ein bisschen einfacher wir können die mit dem EMP ausstatten damit können wir dann Strokengeneratoren zerstören echt? ja alles cool kostet aber ein bisschen wahrscheinlich ne also skillpunkte wow wow war drohne ist das EMP ja dafür brauchen wir ein bisschen bei stufe 15 sein brauchen 3 skillpunkte und 1500 von dem versorgungskissen ich höre die ganze Zeit stimmen auch da ist einer da ist einer da ist einer oh das sind sogar kann ich aussteigen? ja ja ich werde angeschossen echt? ja alles gut oh fuck nein da war noch einer ey ja ich bin auch down fuck alles aber nicht gut gemacht ja mein Parkplatz war ein bisschen blöd muss ich zugeben wahrscheinlich bin ich ja einen Kilometer weg von dir und oh 1,4 nur das ist ja nett aber zum Glück ich bin direkt daneben gibt es ja eine Blitzreise-Funktion neun Gegner sind da alles klar ich bin da dann habe ich alles ok alles ok alles ok alles ok frei habe ich gut dann erst die links übernehmen oder die hinten ja ok den einen sehe ich gerade ja hab einen ja die wurden die sind aufgeschreckt wirklich? ja jo 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 den hinten habe ich den hinten nehme ich mir auch da nur noch der Dicke jo ok taktischer Windfall besser gelöst ist ein bisschen besser ja alles paletti Tür eintreten bam ok hinterm Haus ist ein Auto oder wird sie fliegen? äh ist die Frage wo wir jetzt hin müssen wie weit das weg ist ne? guck mal Storyeinsatz doppen sie den markierten Konvoi oder wir nehmen die den Sportwagen wenn wir das Blatt wenden können wir später auch den Konvoi erst holen Konvoi ist direkt glaube ich in unsere Richtung ne? dann lass uns dann lass uns fliegen dann kann ich wenigstens rausschießen ok da ist sogar einer mit äh mal gucken ob ich das so treffe dann hab ich hier nicht so wie am letzten Mal äh das war der beim letzten Mal du wolltest schießen und ist mit dem Dingern gelandet und wurde es überfahren achja ne ich wollte eigentlich gar nicht schießen ich wollte den nur stoppen damit aber da ist einfach dran vorbeigefahren ja tjum es wird morgen das Gute ist wir können ja auch rein theoretisch kann ich ja auch was probieren ok das geht leider nicht kannst du den etwas ruhiger halten und weiter nach rechts drehen ja ja das geht ja das geht was näher dran versuchten davor zu davor zu kommen oh langsamer stopp wieso kann ich gar nicht drauf schießen so siehst du schon ach ja kann halt sehr bescheiden schießen weil das Ding mega am wackeln ist scheiße oh oh Gott ich glaube hier muss ich mit meinem Panatwäffer getrunken oh er schießt so weit einfach ah ah ha 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 komm schon jawoll hat geklappt Ich lande. Ja, ich lande schnell. Alter. Alter. Der Leutnant versucht zu fliehen. Oh. Oh. Gott, ich muss mich ein bisschen regenerieren. Die Explosion vom Auto hat mich fast gekillt. Ah. Sauber. Den hab ich. Auf jeden Fall. Dann einer flieht voll. Hä? Sind wir jetzt zufällig genau zu... Ach, wir sind genau da gelandet. Ah, ja, ja, ja. Da steht einer. Ich bin gerade im Sperrfeuer. Ja, ich schaff das. Ich schaff das. Das ist schaff das. Das ist schaff das. Gern geschehen. Richtig. Was hast du über Jury und Polito? Noch nichts. Die beiden verwischen ihre Spuren. Aber meine Leute arbeiten daran. Schon bald werden wir mehr... In der Zwischenzeit stehen meine Brüderinnen in Deutschland bereit, euch bei Bedarf zu helfen. Meldet euch und sie werden kommen. Ich werde dran denken. Ah. Ah. Granate. Junge. Überhaupt nicht gemerkt. Nein. Scheiße. Fuck. Hast du es nicht gesehen, dass das rot geleuchtet hat? Ja, es ist ganz spät. Ganz spät. Okay. Fuck. Dann grüßt Zuschauen. Jo, danke, danke. Oh, tschüss. Tschüss.